hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns zwei lösungen an wie du in excel mehrere zellen kombinieren und zusammenfügen kannst bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissenstransfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los jeder der mit microsoft excel arbeitet kommt früher oder später zu der situation dass er spalten miteinander kombinieren möchte in diesem fall möchte ich ihm zwei möglichkeiten oder wege vorstellen wie man das umsetzt und beginnen nun mit diesem beispiel und zwar besteht dieses beispiel aus einer sparte mit dem vornamen und mit einer zweiten spalte den nachnamen nun möchte ich mit der lösung 1 diese diese beiden namen miteinander kombinieren und zwar für den gesamten namen nun gibt es in microsoft excel die möglichkeit in den befehls modus umzuschalten und zwar indem ich in der adresszeile hier oder einfach durch ein ist gleich in diesem modus umschalten nun kann ich in diesem modus diese beiden zellen miteinander ansprechen und verknüpfen und zwar gebe ich nun an eines gleich zeichen und selektieren und mit dem mit der maus oder beziehungsweise mit dem cursor die erste spalte und zwar c4 mir und möchte nun anschließend ein leerzeichen zwischen diesen beiden spalten ergänzen dazu verwende ich den operator das kaufmännische und und gebe nun ein anführungszeichen mit einem leerzeichen an und geben uns sozusagen wiederum ein kaufmännisches und kann nun die zweite spalte anführen wie ihr seht könnt ihr mit diesem kaufmännischen und beide spalten miteinander kombinieren ich bestätige mit ok und erhalten und den zusammengesetzten namen ihr müsst wenn ihr nun für die weiteren zeilen das durchführen möchte nicht das einzelne zeile für zeile machen sondern ihr könnt euch auf diese bereits umgesetzte spalte den cursor positionieren und hier am rechten unteren eck einfach die formel sozusagen auf die unteren zeilen anwenden das war mit möglichkeit 1 eine zweite möglichkeit ist ich lösche nun die ausgabe und zwar gibt es den befehl verketten und kann nun beliebig viele spalten bzw texte miteinander verketten ich wähle nun wiederum die spalte c4 aus trenne dies mit einem semicolon und gebe nun wiederum ein leerzeichen an und gebe nun die zweite spalte hinzu ich schließe diesen befehl mit der klammer und erhalte anschließend nun dasselbe ergebnis ich kann auch hier diese formel auf alle anderen zeilen anwenden falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und wünschen mir natürlich wenn ihr auch im nächsten video wieder mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg ich